so Einstellen. So. So. Dann gucken wir doch mal. So. Wollen wir mal anmachen. Oh, jetzt geil. Ich wollte... So. 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 Gammla Okay. 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 Das ging schnell. Okay. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ektoplasma? Oh, da wartet jemand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Der ist auch wieder da oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 nice das war eine gute taktik erstmal ein bisschen raus locken mal 1 2 mit ihm dann richtig vermöbeln den jungen ich werde jetzt hier in der schlase erstmal gleich über sehr gut Aber mehr gibt's hier nicht, ich dachte jetzt gibt's hier nur voll die Waffe oder so Der kann bestimmt diese komische Waffe drucken, die er dabei hat Gut, ähm, gehen ihn mal Das stimmt, ich weiß nicht, ich kann erstmal da hin Vielleicht ja Ja Das ist ein Niederbieter. Oh. Das ist ein Niederbieter. wo geht er den denn nicht? was er auf dem anderen um die immer durchführen? das wollten wir immer gar nicht was haben wir denn da feines gefunden? kristallschwert das alllingenschwert habe ich ja auch schon macht ja nicht so wenig schaden vor allem magisch nicht schlecht ein bisschen Weisheitsskill was ist denn das? was ist denn das? Ich habe ihn mit 2, oder? Ich habe ihn mit 2, oder? Ich bin von ihm, oder? Nice. Nehmen wir oben mit. Oh. Oh. Ah, ja nicht so umsonst hier die Ecke. Ich kann mal so sagen. Was sitzt denn da? Ist da bloß einer? Oder sitzt sie eben hier? Oh, jetzt hier. Oh. Ich bin nicht ganz dicht sein. Oh. Alter, mach ich mal gar keinen Schauen. Aber mal nichts. Das ist ja wahrscheinlich ich mit ihm ein Geschwärter. Aber das ist die Erde. Kommt weiter. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, der ist hier, oder? Ja. Ja. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ja, ich hab ihn nicht gesehen. Ja. 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 Das war's. 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 So. Mal ran hier bei ihm schenk. Well. I took you from now to lay out your own. No. 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 Ich schaue mich an. So, wenn wir nochmal das Schwert ausprobieren. So, wenn wir noch irgendjemanden in der Welt freiwillig vor, bitte? So, wenn wir nochmal das Schwert ausprobieren. So, wenn wir noch nicht. Hier geht's. Hier geht's. Das ist nicht doof. Scheiße. So, müssen wir mal kurz nochmal hin. Dann kiezt der Eimer auf den Scheiß hier und der Lohmack. So, dann kiezt der Eimer auf den Scheiß hier und so was. So, dann riecht der Eimer auf den Scheiß hier. To that note Na doch Musik, ja Boah, ist irgendwie oben noch Alter, ist das wie verarschen, Pony? Wo wegt der Arsch da hoch? Den Grummi rufen wir schon drehen wir um Lüge ab Wieso sind wir noch mal in jetzt drin? Was ist die Maus? Ah! Guck, der näher Was ist das scheiße? Wisch hier raus? In diese Säcke Dann muss ich mal so einen Dicken da drauf sehen Was ist das? Wisch hier? Was ist das? Wisch hier? Das war's für heute. Das war's für heute. Das wäre mir noch nicht erzielt, damit ich nie getroffen hätte. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020